Hallo, hallo, hallo. Hier ist ein neuer Sport-Vlog. Ich bin heute wieder joggender Reise unterwegs. Heute in Berlin und ich laufe jetzt an den Spree. Das zeige ich gleich nach Mentor. Ich bin mal wieder in Berlin und habe mir heute morgen gedacht, dass ich an der Spree entlanglaufen möchte. Da war ich ja schon mal und hier war es eigentlich ganz schön. Deswegen mache ich das gerade nochmal. Was heißt gerade? Schon länger her. Aber auf jeden Fall, hier der Weg in der Spree ist echt cool. Weit weg von der Stadt gefühlt. Es sind eigentlich nur so 200, 300 Meter. Aber hier ist echt total easy peasy ruhig. Hier kann man schön seine Bahn ziehen. Super. Das mache ich jetzt mal. Plan ist eine Stunde. Dann habe ich meinen Soll erfüllt. Ich bin jetzt schon eine gute halbe Stunde unterwegs. Es läuft alles super. Wetter ist super. Richtig geil heute. Ist nicht warm, aber sonnig. Und das ist eigentlich perfekt zum Laufen. Hier neben mir schippert so ein Kahn, den versuche ich jetzt einzuholen. Das schaffe ich auch gleich. Aber so schnell ist er nicht. Und dadurch, dass alles so gut läuft, habe ich die Stunde heute locker. Mal gucken. Vielleicht mache ich auch ein paar Minuten länger. Ich bin jetzt schon eine dreiviertel Stunde unterwegs. Läuft alles super. Bei mir ist es ja morgens um acht. Ist klar. Ich habe mich früh aus dem Bett gepellt, damit ich am Tag noch was habe und meine Termine hier wahrnehmen kann. So gut. Finde ich super. Also jedenfalls aus meiner Sicht. Das konnte ich eigentlich nie. Jetzt mit dem Sport, den man immer wieder machen muss, geht das plötzlich. Also ich mache das so eine Viertelstunde. Dann mache ich mich wieder auf dem Heimweg. Und dann, wenn ich in meiner Unterkunft bin, habe ich so eine Stunde zehn hinter mir. Dann ist alles cool. Ich freue mich drauf. Ich bin von der Spree jetzt weg. Auf dem Weg in meine Unterkunft. Und werde da in fünf Minuten ankommen. Bis dahin. Alles cool. Bis hierhin. Sagt Cheerio mit Sophie. Bis zum nächsten Sportblog. Und macht auch ein bisschen Sport. Dann seid ihr fitter. Ganz wichtig. Hier schon was los, Mann. Morgens um Viertel vor neun. Also, tschüss. Bis zum nächsten Mal.